Hallöchen Leute und herzlich willkommen zu einer Frischendet-Volge Minecraft Sam mit Ben! Ja Hallöchen! Ja Hallöchen! Wir befinden uns heute in dem größten Wasserpark hier in ganz Minecraft. Hallöchen! Auf die Bruder! Hier stehen wir gerade vor dem Eingang. Bitte lassen Sie mich rein. Geht nicht. Geht nicht. Okay, dann betreten wir einmal das Gelände des Wasserparks. Okay, wo geht es hier lang? Erstmal über die Hecke gesprungen. Oh, hier ist so eine Art Restaurant gleich. Okay, alles klar. Und was können Sie kaufen? Bommes, aber kein Verkäufer da. Naja, so ist das Leben. Hier ist ein Pool zum Entspannen. Oh, das ist ja sehr schön. Oh, da ist eine Statue noch. Komm, wir gucken uns das einmal ein bisschen an. Und dann kommen wir zum eigentlichen Thema. Das ist ein Geheimbunker. Stimmt. Wo geht es hier denn lang? Keine Ahnung. Wir sind eingesperrt. Ach, das ist eine Umkleide vielleicht. Ja, das könnte sein. Aber wo geht es hier weiter? Ich würde sagen, wir gehen zu den Wasserrutschen. Die Wasserrutschen, ja, da können wir hinten gehen. Äh, wo geht es da rein? Ähm... Hier ist eine Wasserrutsche. Ja, ja. Drei sogar. Aber das sind Ziele. Wir müssen den Eingang finden. Warte, hier. Wo geht es denn hier los? Ich habe den... Ja, 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 hier. Ja, ich habe ihn auch. Ja, warte. Es gibt Wege. Hände ein. Das ist... Ach nee, stimmt. Du bist richtig. Ich bin falsch. Oh, warte, ich komme. Ist hier die Wasser... Hier ist die blaue Wasserrutsche. Ja, die blaue... Da ist sogar eine Achterbahn. Eine Wasserachterbahn? Nein, eine normale Achterbahn. Ach so. Hier ist ein Wasserpark. Ja. Aber ein Wasserpark mit sehr viel Spaß. Also auch eine Achterbahn. So, jetzt sind wir oben. Wollen wir die... Die rote? Oder... Die rote ist doch am heftigsten, oder? Ja, rot würde ich auch sagen, ist am heftigsten. Let's go! Oh, hier können wir den Parkfahren ganz... Oh! Alter! Au. Okay. Okay. Moment, ich muss noch unbedingt... Muss ich die Achterbahn fahren, bevor es hier überhaupt losgeht. Ah, hier sind die Umkleiden. Okay, alles klar. Was jetzt hier Jungsmädchen ist, das weiß keiner so genau. Also, 50-50 Chance, dass man in der richtigen Umkleidekabine landet. So, hier geht's glaube ich weiter. Das ist noch ein Weg. Ja, da ist noch eine kleine Mini-Wasserbahn. Ähm, wohin geht's hier? Okay. Boah, was ist das denn? Alter! Was ist das denn? Alter! Oh, hier ist ein... Ich hab keine Ahnung, wo du bist. Hier ist ein normaler Pool. Also, ich bin gerade... Ja, kann ich auch nicht sagen. Keine Ahnung, wo ich bin. Hahaha. Komm, wir gehen hier mal lang. An den Umkleiden vorbei. Ah, okay. Hier sind noch mal solche Türme oder sowas. Oder... Was ist das? Ich kann mal noch runter... Ach, hier kann man ganz glatt runterspringen. Okay. Aber, Maurice, jetzt zur blöden Achterbahn. Ich will zur Achterbahn. Oh, hier geht's weiter. Über die Bäume hier, da geht's Achterbahn. Das ist ein Parcours. Nee, hier geht's hoch. Oh Gott. Dass die hier aber kein Geländer haben, also ich weiß ja nicht, ob das hier so in Ordnung ist. Alter, wie hoch das ist. Ah, hier. Ah, hier kann man dann runterspringen. Bin ich jetzt mit Achterbahn? Ich brauche mich. Nee, bin ich nicht. Ich komm hier auch mal hoch. Ja, 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 ja. Komm mal zur gelben oder zur roten oder so, wenn du da bist. Bin da. Gelb. Mal jetzt runter, oder wie? Gelb? Wo bist du denn? Ach so, ich bin woanders. Ach so, ich bin hier. Du scheinst ganz woanders zu sein, ja? Ach, Mann. Ach, du bist unten, oder? Hier ist die Achterbahn. Was? Warte, ich komme. Huh. Na ja, also, ja. Okay, wir haben die Achterbahn anscheinend gefunden. Aber wo geht's denn hier los? Ich glaube, man muss als erstes runter, oder? Ja, hier geht's runter. So. Ah. Nein, ich fahr in die andere Richtung. Das war nicht geplant. Nie geht's lang. Nein! Nein! Ich fahr rückwärts. Oh, dann vielleicht doch in die andere Richtung, Elina. Äh, ja, ich fahr dir hinterher. Oh nein, wir bauen gleich einen Crash! Crash! Oh, du schießt mich an, ey! Oh, Mist! Aber jetzt hab ich richtig Gas, ey. Danke, Elina. Ja, sehr gerne. Ich bin mega langsam! Alter! Oh, schaff ich das? Ja, locker. Nee, Moment, Leute. Wir müssen nochmal hier von vorne machen. Ben hat uns ausgebremst. Nein, du warst nur zu schnell. Ich bin in die richtige Richtung gefahren, um Speed aufzubauen. Oh, ich schaff's auch nicht. Ich komm wieder zurück. Runde Nummer zwei. Oder Versuch Nummer zwei, besser gesagt. So. Zack. Oh, ich schaff's doch hoch. Ich schaff's doch hoch. Hä? Okay. Ich hab's hoch geschafft beim zweiten Versuch. Wuhu! Da musst du doch hilfst. Okay. Ja, ja. Moin, Ben! Moin! Oh, Mann! Da war ich jetzt auch in die Richtung. Ey, nein, nein! Oh Gott, ich dachte, du fährst mir rein. Nein, nein. Wuhu! Alter! Hier geht's ne Miene runter und wieder hoch! Zacker! Und dann hier unter den Tunnel durch. Und nochmal hier ne Runde. Und wo bin ich? Und hier nochmal lang und da nochmal lang. Und sind wir schon am Anfang wieder? Ja, sind wir! Und wir sind durch! Oh, da fährt unser Minecraft weiter. Tschüss, liebes Minecraft! Aber Leute, ich hab euch gar nicht verraten, was wir jetzt machen wollen. Wir haben nämlich wieder was ganz geiles vor. Das haben wir schon einmal gemacht. Ich wurde tausendmal gefragt, ob ich das nochmal machen könnte. Und Leute, ja, ich kann's nochmal machen! Und zwar machen wir heute wieder eine Weltmeisterschaft im Minecraft Turmspringen! Ah, da wo ich beim letzten Mal gewonnen hab, meinst du? Hm? Ja, ist richtig. Okay, wir müssen auf zum Strand und da warten auch schon unsere Türme auf uns und unsere Ringe und wo wir beide durchspringen müssen. Und ähm, wir sehen uns gleich am Start, Leute! Das hier sind unsere riesigen Turm, also Türme. Ähm, der letzte geht bis zum letzten möglichen baubaren Block. Hier in Minecraft, wo ist Ben? Ben, wo bist du? Ich bin doch hier an den Türmen, hallo! Achso, da bist du! Okay, das sind unsere Türme. Wir starten von links. Da geht's los. Machst du zuerst oder ich? Ähm, ich mach den Anfang Ladies first. Wir klettern hier den, ähm, Turm mal hoch. Und, ähm, dann bin ich mal gespannt, wer hier das Battle reißen wird. Ich versuche meinen ersten Sprung First Try zu schaffen. Ähm... Ja, der Höhe locker. Der Höhe locker. Haben schon lange nicht mehr gemacht. Sonst fehlt die Übung. Okay. Das Besondere hieran ist, man muss einen Knopf drücken. Okay. Drei. Zwei. Oh. Hoppla. Drei. Zwei. Eins. Oh. Let's go! Ups. So doof, ey. Oh Mann, wo bin ich denn jetzt gelandet? Ja, such nochmal eins mit Free Sixty. Free Sixty! Oh, ich hätte nicht... Oh. Oh. Ich hätte keine Free Sixty machen sollen. Oh, ja, 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 ja. Und jetzt nochmal. Der ist versucht. Boom. Mann. Hahaha. Boom. Bum. Oh. Oh. Das war richtig schlecht. Okay. Oh, jetzt easy. Versuch Nummer zwei. Yeah. Oh, der hat ihn. Der hat ihn. Der hat ihn. Der ist ja eingesperrt. Hahaha. Ich komm nicht raus. Ich komm hinterher. Wuhu. Ja, ey. Oh. Hahaha. Warte. Wuhu. Wuhu. Oh Mann, warum schaff ich denn das nicht mehr? Hier, lass mich doch jetzt durch. Ey, warte kurz. Ich hab was noch an dem Ring abgebaut. Hahaha. Okay. Ey, Ben. Du Penner. Hahaha. Was? Das war so. Das zählt nicht. Das zählt nicht. Hahaha. Ja, okay. Ein Tod wird dir abgezogen. Warte, das können wir sogar machen. Alter! Oh, ho, 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 ho. Oh, nee. Uhhh. Oh, ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft. Oh. Okay, aber einen muss ich noch abziehen, Elina. Warte mal kurz. Oh Mann. Der Punktestand ist miserabel. Nächster Versuch. Aber es kann sich... Ey, hallo. Aber es kann sich alles noch ändern. Ja, auf Elina. aber du hast den punkte vorsprung nein das war so knapp das war wo bin ich jetzt hier okay ich muss mir das kurz angucken sagt nächster versuch aber rüber und das war so knapp mit dem klein sie und ich lege nach wirst du mich raus musst du mich raus geht das ja ich glaube das geht das geht 100 pro oder was fast ja warte ich sterbe da habe ich gewonnen okay aktueller punkte statt aktueller punktestand 6 zu 3 ich liege also hinten da muss ich auch mal ganz wichtig aufpassen wer auf dem sand lande kriegt doppelt das ist jetzt natürlich nicht so geil für mich da müssen wir schauen dass das jetzt ja auch auf annieb klappt sonst könnte es noch mal knapp werde bei druck liefere ich abelina merkst du ja und jetzt wenn es wieder daran rückwärts salto was das war echt gut aus okay jetzt schaffst du heftig der wahl irgendwie auch schief so dass ich jetzt aber immer so sieht das bei mir auch so aus so es war nach links und rechts und gerade aus nein das geht dann so schnell es ist aber knapp ist also ich meine jetzt nicht ein sprung der war knapp aber ich du hast ein lackern aber jetzt wieder elina sagt man was machen wir eigentlich wenn es jetzt gleichstand ist dann machen wir noch mal ein extra battle mit einer mit einer free 60 drehung ja ja genau alter gibt sich mein gelände die maximale höhe die möglichkeit geplant ich habe so ich bin im wasser gelandet aber nicht da wo ich soll und dann gefahren das war nicht mal geplant hey ich bin direkt wieder runter gefahren Jetzt muss er die Kiste zu machen. Jetzt muss ich es schaffen, sonst war es das. Das darf ja wohl nicht wahr sein, mein Weltmeistertitel. Let's go. Das Publikum ist ganz, ganz still. Es geht um alles. Nein, das war echt heftig knapp. Ich habe echt verloren, Mann. Jetzt schaffst du es. Ja, das war so klar, dass ich es jetzt schaffe. Nee, Disqualifikation. Okay, Leute, das heißt, ich habe mit einem Tod, also einem Tod weniger, habe ich den Weltmeistertitel holen können für die, ja, die, oh, Dankeschön für die Sprung-Turm-Weltmeisterschaft hier in Minecraft. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, Leute, dann lasst unbedingt einen Daumen nach oben da und danke nochmal, Leute, für die 300.000 Abonnenten auf meinem Kanal und schreibt mal in die Kommentare, Dankeschön, was ihr euch jetzt für diese 300.000 Abonnenten wünscht. Weil dafür solltet ihr auch was zurückbekommen von mir. Und ja, Leute, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag morgen Abend, was wir auch gerade so treiben, Leute. Und hatte rein. Ciao. Ciao.